Die einfache Beschreibung der Sendung ist eigentlich so ein bisschen wie Kindergarten ohne Kindergärtnerin. Aber im Kaschballtheater. Kindergarten ohne Kindergärtnerin kombiniert mit Kaschballtheater. Die einfache Beschreibung der Sendung ist eigentlich so ein bisschen wie Kindergarten ohne Kindergärtnerin. Aber im Kaschballtheater. Kindergarten ohne Kindergärtnerin kombiniert mit Kaschballtheater. Die einfache Beschreibung der Sendung ist eigentlich so ein bisschen wie Kindergarten ohne Kindergärtnerin. Aber im Kasperltheater. Kindergarten ohne Kindergärtnerin kombiniert mit Kasperltheater.